Mädels, wenn ihr glamouröse Düfte sucht, bei denen sich alle Blicke auf euch richten, wenn ihr den Raum betretet, dann bleibt dran. Starten wir mit dem Duft von Rihanna. Was soll ich dazu noch sagen? She is iconic und ihr Duft ist es auch. Der ist extrovertiert, laut und positiv und riecht für mich so nach pinken, fluffigen, leichten Marshmallow-Orangenblüte-Würkchen. Dann ein Duft, der einfach Magic ist. Den habe ich beim ersten Wett mit meinem Freund getragen und dieser Duft nimmt den ganzen Raum ein. Das ist die perfekte, glatte, glamouröse Vanille, Vanitas von Profumum Roma. Wenn ihr es nicht ganz so süß haben wollt und so ein bisschen mehr Rich-Girl-Vibes haben wollt, dann schaut euch Eberleather an. Der startet wie so ein dunkler, mysteriöser Fruchtcocktail, gibt mir so Dark Feminine Energy, ist super intensiv und wird dann zu dunklem, luxuriösen, feinen Leder.